Die Stadt Luzern ist das jüngste von diesen fünf Dampfschiffen. Wir haben schon viel erlebt in den 93 Jahren, als es bereits auf dem See ist. Wir sehen hier die ersten Aufnahmen des Dampfschiffs Stadt Luzern. Sie wurde übrigens im Jahr 1928 gebaut. Wie gesagt, sie ist unser jüngstes Dampfschiff. Sie ist 63 Meter lang und 14 Meter breit. Sie fasst 1200 Personen. Von daher ist sie von der Transportkapazität natürlich das grösste Schiff. Es war im Jahr 1940 ein geschichtliches Highlight des Schiffes, wo General Guiseau mit all seinen Offizieren aufs Räutchen gefahren ist. 40 Jahre später hat sich hier noch etwas ganz Spezielles zutragen. Nämlich ist die Queen an Bord gekommen. Queen Elisabeth II. von England. Sie hat am 2. Mai 1980 eine Fahrt aufs Räutchen gemacht. Genau wie General Guiseau dazumal. Sie hat am 2. Mai 1980 eine Fahrt aufs Räutchen gefahren. Sie hat am 3. Mai 1980 eine Fahrt aufs Räutchen gefahren.